Hallo, hier ist der Juju von Gadgets for Men am Stand von Thomas Hauschild auf dem internationalen Messer und Outdoor Treffen in der Eifel und der Thomas, der hat ganz geile Backlories aus Titan und aus Knochen und was weiß ich noch alles, Multibeats sehe ich hier, also da findet ihr einiges, er hat auch ganz tolle Beats, da gehe ich mal drüber, von Wolfram Kupfer über Titan geschmiedet, Kuddeleisen, was immer das ist, also hier gibt es ganz ganz viele Gadgets for Men, hier gibt es auch Ringe, tolle Messer hat er auch noch, Also guckt mal beim Thomas rein, ich zeige jetzt noch mal die Visitenkarte, da steht auch die Webadresse drauf, die schreibe ich aber auch noch mal drunter unter das Video Guckt da mal rein, wer Interesse hat und da findet ihr bestimmt was Tolles Kuddeleisen Vielen Dank.